Willkommen zurück bei Attack on Titan. So, wollen wir mal schauen, was wir heute alles erleben werden, sehen werden und wie wir alles durchkämpfen dürfen. So, kriegen wir jetzt endlich unseren Aaron wieder. Mikasa ist schon cool, aber ich finde Aaron cooler. Oh. Ach ja, genau. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Ich war mir nicht sicher, ob der Titan sich so bewegen würde, wie ich dachte, aber es hat vorerst irgendwie geklappt. Bleibe optimistisch, Armin. Moment, Entschuldigung. So, bleibe optimistisch. Armin findet immer eine Lösung. Was sollen wir jetzt machen? Ja, ja. Alle sollten ihre Sachen auffüllen und dann fliehen wie geplant. Warte, Armin. Ich möchte mich noch einmal umsehen. Der Titan hat genauso reagiert, wie Armin es vorher gesehen hatte. Da sind ein paar seltsame Abnorme da draußen. Aus eigener Kraft hätten wir es kaum zurück zur Basis geschafft. Es war die richtige Entscheidung, ein Risiko einzugehen. Du hast von Anfang an Armins Plan vertraut. Das ist verständlich. Schließlich kennt ihr euch aus Kindertagen. Ja. Er hat eindeutig andere Titan angegriffen. Aber ein Abnormer, der Titan abschlachtet? Das ist schwer zu glauben. Wir haben nur dank des Titanen die Basis erreicht. So ein Titan ist das. Von so einem Abnormen habe ich noch nie gehört. Ich traue meinen Augen kaum. Sollt ihr mir meine Brille aufsetzen? Entschuldigung. Wie kann es so einen Abnormen geben? Immerhin seid ihr sicher in Sicherheit, Mikasa. Ich bin froh, dass ihr alle überlebt habt. Vergeht mir. Ich habe euch alle hergeführt, ohne die Verantwortung für eure Leben aufnicht zu nehmen. Wenn wir dort geblieben wären, wären wir ohnehin alle tot. Dank dir sind wir der völligen Vernichtung entgangen. Kling. Warte mal. Ich will erst mal. Ich finde das so unmöglich, wie die hier mit uns reden. Zack, zack. Dieses Metall wird in der Fabrik statt raffiniert und ist zugleich widerstandsfähig und flexibel. Meine Frage ist immer noch. So ist verkaufen, ne? Ich müsste mir das nochmal in Ruhe ansehen. Achso, wir haben dann halt die Sachen bei uns gelagert und können dann hier einfach neue Sachen kaufen. Alles klar. Gastdruck geht dann runter. Ja. Gastdruck geht dann runter. Ja, machen wir das mal. Ja. Und sonst? War da jetzt nicht großartig viel? Das haben wir ja schon. Lieber nochmal... Ach Mann. Ne, das ist mir einfach zu... Einfach zu riskant. Gut. Gehen wir einmal zur Armin. Brechen wir sofort auf. Der Titan dreht gleich wieder durch. Ich habe gerade festgestellt, ich hatte die Maus noch drauf. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe gerade festgestellt, ich bin auch nur ein Mensch. Oh, was? Oh, Alter. Alter, 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 ich dreh durch. Nicht das Haus mit Prabbel. Wow, ich bin jetzt umgekackt. Geil. Wenn du dann der Titanenform bist, drücke X für normale Angriffe und Y für Wurfangriffe. Oh, wie geil. Außerdem kannst du mit A ausweichen. A, okay. Drücke beim Ausweichen X, um einen Sturmangriff auszufüllen. Halte A in der Titanform gedrückt, um zu springen. Grafe Titanen an, um dann eine Zornanzeige aufzufüllen. Wenn sie aufgefehlt ist, drücke B, um einen mächtigen Zornangriff anzuwenden. Oh, nicht die Häuser, scheiße. Oh, Manni. Wow. Cool. Ich muss jetzt trotzdem mal gucken. Oh, knew you. Oh, Scheiße. Die Häuser ist mir doch egal, ich nahm die jetzt alle um. Ah, Mist! Nicht die Häuser! Ach Gott, ist das schön! Ne kleines Schicksal! Ich bezwinge die Titan! Was sind denn da die meisten? Da so. Hier, hallo! Guck mal! Probier mal meine Foul. Boah, ist das cool! Kannst du den Kleinen jetzt mal umliegen? Ich glaube es nicht, es ist so schön. Guck mal! Das ist toll! Und jetzt? Was? Ich kann nicht mehr. Ich bin fast am Schluss. Ich dreh durch. Ich bin völlig fertig. Guck mal, Bicie. Scheiße auf die Häuser. Ist mir gerade echt egal. Oh, ich liebe es. Oh, ist das schön. So! Es ist genial. Oh, es ist mein Lieblingsspiel. Moment, ich muss einmal kurz gucken in die Richtung. Da. Ist ja nicht mehr viel übrig. Schmeckt das lieber? Hey, Kollege. Ah, ist das göttlich. Ich bin so glücklich. Hallo? Ich war ja noch lange fertig mit dir. Ah, ist das schön. Und jetzt kommt noch mal ein großer Brocken. Ey, mir wird nicht gefressen. Bei mir wird nicht gefressen. Ich bin so glücklich. Ah, der ist doch nicht so glücklich. Was? Ist das schon? Oh Gott, das ist schön. Was? Mikasa! Ich werde schnell weg! Der巨人... Wenn dieser巨人 der Geist der Geist der Geist ist, kann man das Gefühl, dass dieser Geist der Geist der Geist wird. Das ist ein Verständnis. Das ist so... Wenn man das巨人 sein kann, dann kann man die ZDF sein. Wenn man die ZDF-Fan hat, dann kann man die ZDF-Fan sein. Was ist das? Das ist so ein Wettbewerb? Ich denke, es ist ein Wettbewerb. Das war gerade der tollste Punkt der Welt. Ich krieg wieder gern Zeit. Ahhhhhhhh Ärend, Ärend… Er hat sich in der Zeit gefeiert, dasselbe. Was ist denn das? Was? Was ist das, was Eren gemacht hat? Ich freue mich. Ich will nur noch mit Eren als Titan spielen. Perfekt. Schneid. Okay. Sorgt für rasche Bewegung auch in verletzten Zustand. Perfekte Sache. So habe ich es doch gerne. Wow. Wow. Äh, davon haben wir noch zwei, drei, zwei, acht. Und davon haben wir noch drei. Äh, für Sternausrüstung. Ich nehme jetzt mal so eine mit. Oh, sehr gut. Äh, Schallgranate. Ich bin... Oho, sprachlos. Ich freue mich so. Ich kann es nicht glauben, ich wusste das nicht. Und wie gesagt, ich, ähm, hab mich null gespoilert, wollte einfach nur versuchen alleine damit klarzukommen. Und, ähm, irre. Ganz kurzer Einwurf. Ich finde es gut, dass sie nicht auf Deutsch sprechen. Find ich richtig, richtig schön. Ich weiß, dass ich ein Geheimnis verletzt habe. Ich kann nicht sagen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich werde das ganze Leben verletzen. Ich werde das ganze Leben verletzen. Hey, der... Ich habe mich gehalten, Ellen. Was ist das? Was ist das, was ihr? Sie sind als ein Zander als Schmack. Sie sind ein Schmack! Sie haben einen Schmack! Sie sind ein Schmack! Sie sind die Schmack! Sie sind ein Schmack! Sie sind ein Schmack! Ich weiß nicht, was Sie wissen! Sie sind ein Schmack! Sie sind ein Schmack! So viel Verzweiflung in diesem Spiel, so viel Verzweiflung. Und die geben einfach nicht auf. Oh-oh. 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 Es war auch ein Schadenfluss, aber zwar nicht so. Ich glaube, es war ja sicher. Höre Sie sich im Abfall zu den Blumen? Ja, das war noch. Wir müssen die Wahrheit der Informationen, die wir nicht wissen. Wenn du nicht so gut, dann hast du es! Das braucht nicht! Wir haben ihn nicht! Wir sehen uns, dass er und巨人 sind. Wir sehen uns, dass er und ihn, die ihn verletzten. Ich habe ihn als Erwanderung des Gehirns gesehen. Das ist nur das Verhalten. Geh'n Wettbewerb! Geh'n Wettbewerb! Erinn! Rikasso! Ich bin der Grund! Das war's für Menschen! Das war es für mich. Das ist ein Wettbewerb. Aber ich bin ein Kind als ein Kostik. Ich bin ein Kind. 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 das war sehr sehr schön ein sehr schöner moment und spannend selbst wenn man die serie gesehen hat wahnsinn und wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht dann sehen wir uns einfach in der nächsten folge bei attack on titan